gut steigt schneller auf schiff liefert das baumaterial ab früher oder später werden wir hier was bauen können für element allerdings noch nicht so aus relevanz gründen euer volk braucht einen arzt heißt es wir haben jetzt ersten bürger ja wir haben die ersten bürger nein wir kriegen keine höheren steuern für den bürger ein bisschen höher mit tabak arzt brauchen wir auf jeden fall ich weiß noch nicht wohin mit der kirche und dem badehaus aber dazu kommen wir noch so jetzt müssen wir beim einkauf eisenherz einkaufen und ich lasse gerne die produktion hier wieder anlaufen baumaterial wird nämlich gerade gebraucht des weiteren des weiteren hätten wir gerne einen weiteren steinwärts so euer volk wünscht eine kirche ja gut ein brand vernichtet eure häuser hierhin vielleicht eigentlich wäre hier der punkt gewesen aber das können wir aktuell nicht vertreten hier wäre auch gut gewesen können wir aber auch nichts mitmachen gerade hier wäre auch gut gewesen woher nicht so gut weil das teil im süden ist da nicht mehr eine reichweite die kirche kommt dementsprechend nach hier hin die hütte wird weichen die da ist häuser irgendwelche bedrohungen darstellt so da muss der holzfälle leider dran glauben ehrlich gesagt es ist verschwendung die kirche hinzusetzen es wäre besser sie hier hin zu haben denn wir können dann auch in diesen bereich hier rüber expandieren mit der stadt wobei ich glaube viel größer als die zipfel hier wird sie nicht mehr werden aus dem einfachen grund heraus dass wir so viele einfach nicht brauchen tausend aristokraten zu so viele häuser nicht brauchen tausend aristokraten zu kriegen das machen müssen wir den ganzen weg außen rum rennen bei hinzukommen nicht wahr der steinbruch ist scheiße gesetzt können wir ihn anders setzen nein nicht wirklich ein badehaus sorgt für hygiäne ja tut es nicht nicht in unserer stadt so nur um die pest zu verhindern und geben wieder schub wir brauchen mehr holz ah ja tabakwaren können wir produzieren ihr solltet auch wieder produzieren teilen umständen das ist das zeug hier weg gefressen das ist das zeug hier weg gefressen das ist toll vielen dank wertlos forsthaus oh nein 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 ich hasse diese piraten so sehr ich hasse euch so sehr ich wünsche euch ausgerottet und weißt du was vielleicht mache ich das auch können die straßen hier theoretisch einreißen und anders verschieben so eine straße da hinsetzen und ich weiß nicht wie wir den besten platz herausgezogen kriegen ich hoffe wir werden auf jeden fall früher oder später ausgehen und ich bin mir noch nicht sicher wie wir damit umgehen wollen aber der nahrungsmittel müssen wir für den moment wo übel aus fisch beziehen wo schon von reden setzen fischer nach dahin von dem was wir in erfahrung bringen konnten ja fische nehmen fischer nehmen sich gegenseitig und wir haben den kram weg hier behalten wir den platz frei für den fall dass wir ein lagerhaus und ein markthaus setzen passt einfach ganz genau nicht passt hier irgendwo noch ein weiteres hin hier hin und das ist einfach fortzüglich in dieser küste werden wir halt so viele fischer hinsetzen wie logisch zusammen passen setzen wir noch ein nach dahin geben wir eine straße anbindung damit der auch ein bisschen aushelfen kann rauchschwaden ziehen durch die gassen ein feuer schweilt ja wie wärs mit nein bewegt euch weiter so ein brand wütet in eurer niederlassung was habt ihr für ein problem das ist brennt das ist nur ein bisschen feuer die straße ist aber nötig machen wir das so machen wir das so fischer müssen halt woanders hingesetzt werden zum guten teil da sind weg oder fast weg fischer die fischer dürfen sich halt nicht zu überlappen und die müssen vor allem am besten in so ausläufer gehen damit die mehr sammeln können das heißt wenn wir als nächstes einsetzen dann kommt er nach hier hin dann sind schon weg so und sobald die leute hier zu bürgern geworden sind das bürger siedler es hat schon welche siedler noch keine hütten keine versorgungssachen haben mit den guten sachen aber es sieht aus als wenn wir alles erwischt hätten mit dem wirtshaus ja das ist nicht der fall aber hier damit haben wir auch alles erwischt ok gut geht also wie sieht das mit steinmetzen aus können wir neu nach hinten entsetzen zwei stück nein wenn wir reißen die straße ein doch können wir so so geht das gerade so auf denn steine gehen hier einfach drastisch aus durch den ganzen aufstieg der leute was tabak angeht ihr könnt ihn da produzieren hier können wir auch noch mehr tabak beschaffen wenn wir wollen das wir wollen hatte ich gerade verzweifelhaft aber darum geht es ja gerade gar nicht auch eine werft nach hier hin halte ich für gut bohren auf noch ein bisschen stein denn wir müssen unsere verdammten schiffe reparieren oder unser eines verdammtes schiff und neues bauen damit wir eine vernünftige route aufgestellt kriegen komm schon aber jetzt haben wir nicht genug werkzeug irgendwas muss immer fehlen so baut das und jetzt repariert die munique das problem ist es eine riesig lange handelsroute ein schiff wurde repariert und wir haben es mit haufenweise piraten zu tun in die welt neuen kurs unsere bilanz schlägt sich allerdings gerade sehr gut sogar mit den einkaufskosten deswegen bin ich gerade sehr wachsam wir warten auf dass die leute hier alle aufgestiegen sind um sicherzustellen dass die versorgung hier nicht komplett kollabiert ich hoffe werden wir auf jeden fall noch einen zweiten kreislauf hier brauchen hier oben wahrscheinlich da sind die piraten schon wieder schon wieder da um uns zu ärgern wir sollten vielleicht ein auge auf die kleinen inseln werfen und wir hätten dieses gebiet hier vorher sichern sollen wobei hier wächst eigentlich nichts außer tabak hier hätten wir theoretisch hier hätten wir ich habe nicht nach dem vulkan gefragt spiel theoretische wolle anbauen können nahrungsmittel zuckerrohr sekundäre alkoholpunkt also sehr gut hier passen wahrscheinlich so zwei kreisläufe hin die ressourcen die ressourcen die ressourcen die ressourcen erkundet ok wir werden wahrscheinlich wirklich die ressourcen dieser insel sind hier wächst nichts hier kann nahrung oder stoff her gefördert werden Zumindest haben wir eine gute Insel mit Kakao, wie wir uns durchs Komplett sichern werden. Zumindest die Nordseite und den Zepfel hier und da haben wir kein Holz mehr, aber Holz beschaffen wir uns selbst. Müssen wir nicht exportieren oder importieren. Das schlägt natürlich auf die Bilanz, das weiß ich, aber es ist besser, wenn wir das Gebiet hier irgendwie riskieren. Wir können hier auf jeden Fall eine ganze Menge schaffen. Kakao, Baumwolle, hier wachsen sogar 50% Gewürze. Wenn wir den ganzen südlichen Teil der Insel mit Gewürzen überziehen, dann haben wir hier welche. Das könnte sich lohnen. Ich meine, es wird sau teuer, aber wenn wir sie brauchen, können wir sie bekommen. Das heißt aber, wir müssen sicherstellen, dass die Insel auf jeden Fall zu 100% uns gehört. Genau, verzieh du dich mal! Hier, so nehmt ihr das. Und einen müssen wir noch bauen, damit wir die Insel gesichert haben. Diesen Abschnitt hier können wir den U-Einwohnern lassen. Da fragt ja niemand nach. So! Prügelt doch nicht auf die Bilanz, ich weiß. Das Problem ist, dass unsere Ruten jetzt ewig lang sein werden. Hier wechselt auch Kakao und zur Hälfte Gewürze. Naja. Darauf kommen wir zurück, wenn es so weit ist. Wie sieht es hier aus? Alle aufgestiegen? Gut, jetzt beten, dass die Versorgung, die wir jetzt aufgestellt haben, hält. Doch verhalten nicht. Das haben wir jetzt schon festgestellt. Wir haben hier noch keinen zweiten Holzfall hingesetzt. Um dagegen zu halten. Setzen wir es mal temporär zwei nach hier hin. Die müssen wir erst mal anfangen zu produzieren. So. Und was Stoffe angeht, die sichern wir uns von hier oben. Für den Anfang. Wir können weichen, sobald wir vollkommenen Überschutz geschaffen haben. Ähm, wie machen wir das am besten? So. Damit das angeschlossen bleibt, versteht sich. Das so. Wir können das Wasser mit nutzen. Es gibt keinen Grund, das nicht zu tun, wenn ich ehrlich bin. Dann können wir vielleicht sogar ein bisschen mehr Produktivität rausholen als gedacht. Wenn da eine Brücke da ist, müsste es noch als Gebiet zählen, das genutzt werden kann. So. 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 Weil wir gerade kein Holz haben, bauen wir eine Steinbrücke. Und dann kommt ein Weber, eine Webstube. nach hier direkt angeschlossen damit es wie gesagt wie von Zaubern funktioniert Apropos Hör auf Holz zu verbrauchen Junge die sind die Definitionen von Toxischem Sea of Thieves PvP Komm an wissen es ist nichts an Bord wollen sie aber trotzdem plündern so hier komm schick doch ein drittes hinterher so ihr macht das wie geht es dem Rest der Versorgung Tabak und Alkohol nimmt Alkohol ab ich wünschte wir könnten das hier vernünftig ablesen Stoffe nehmen auf jeden Fall ab und das war erstmal das wichtigste ja ich glaube Alkohol nimmt auch ab so okay wenn wir das so setzen ah na gut es geht trotzdem hier auf dann können die Weinstöcke nach hier hin von den 26 Feldern fällt eins und jetzt kommt er auf 25 Weinbauern sind echt sind echt Diven es füllt mir eine Weinrebe ich schätze ich produziere es nicht vernünftig 80% egal gut genug muss halt reichen Nahrungsmittel halten aber durch Fisch erschrecken gut wir wollen schon davon reden ich möchte ganz sicher gehen dass wir keine Hungersnot kriegen so du kannst da produzieren aber die dieser ganze Kram wird weichen sobald wir hier den oberen Teil mit Baumwolle überzogen haben diesen Teil wahrscheinlich mit Kakao diesen Teil mit Baumwolle und den ganzen südlichen Teil der wird wahrscheinlich komplett auf Gewürze getrimmt werden es wird unfassbar teuer sein dementsprechend brauchen wir vorher Geldreserven und die Möglichkeit sicherzustellen dass die Leute hier alle wirklich versorgt sind des weiteren von hier aus kann man auch Alkohol beziehen von hier aus nicht wirklich irgendwas von hier aus geht auch noch zusätzlicher Tabak diese Insel um ehrlich zu sein egal was hier wächst das ist ein scheiß Vulkan ich möchte mich damit nicht hier haben wir gar nicht erkundet ich möchte mich hiermit aber nicht unbedingt befassen lassen wir wissen wie Vulkaninseln sind du bist gerade am beschleunigen guck mal ich raste einfach komplett aus ohne jeden Grund und hier auf dieser Insel entweder Nahrungsmittel oder doch wahrscheinlich beides wir können hier komplett drum herum fischen aus diesem Versteck starten die Freibeuter ihre Raubzüge ist das so die Ressourcen dieser Insel sind erkundet Baumwolle die Ressourcen dieser Insel sind erkundet gewürzt zu 100% scheiß die Wand an die Insel könnte es wert sein wenn wir es richtig aufbauen könnten wenn wir es so umgehen eine Frage Tributzahlung wer ist denn jetzt schon ein Zerstörer wir haben vier Kanonen wir müssten was wenn wir das tun das war aus purer Gehässigkeit ich zahle kein Tribut an diese Piraten dieser scheiß Vokan so könnte es wert sein verdammt hier wachsen Gewürze auf 100% das wird uns einen riesen Haufen Geld sparen wenn wir jetzt bereit sind uns damit zuvor abzufinden dass wortwörtlich alle vier Sekunden alles in Flamme aufgeht ich glaube das bin ich die verstehen keinen Spaß ich habe einen Gedankengang können wir die Piraten foppen wenn wir Mauern hier so bauen und den Kanonenturm reinsetzen und den Kanonenturm können wir setzen weil die Monique Kanonen hat das reicht für zwei Kanonentürme was wünscht ihr den Palisaden da hinsetzen können die da durchschießen da müsste er drüber schießen können das heißt die Piraten müssten im besten Fall nicht in der Lage sind sich zu wehren wenn das hier passiert alter will ich hier durchkommen die ganze Zeit hier kommt hier rüber versucht es doch was schon auszurauben das ist natürlich ein riskantes Manöver Ankerlichten bei ein Käpt'n Ha Ankerlichten in die Wanden Ok Ankerlichten es funktioniert in die Wanden setzt neuen Kost in die Wanden wenn wir das gleiche noch an solche Stellen hier hinten aufstellen können ein Schiff wurde repariert hier oben hin und äh vor allem die Werft steht hier ein bisschen im Weg aber dann müssen wir uns dafür sorgen dass die Piraten endlich mal aufhören Schwachsinn zu tun Können wir Kanonengießeree nicht schon bauen? Ankerlichten in die Wanden hei hei Käpt'n gebt Breitseite in die Wanden in die Wanden ihr könnt mich mal Können wir die Gießeree nicht schon bauen weil ich was hier rausfinden wollte Können wir Ah sehr gut Vollidioten Ja komm raubt das Schiff aus versuch es Setzt neuen Kost Setzt die Vorsäge So Ankerlichten Setzt die Vorsäge Schiffsreparatur beendet Setzt die Vorsäge Ankerlichten Ankerlichten Setzt neue Kost So vielleicht gehen die Piraten irgendwo die Schiffe aus jetzt wo sie keinen Lager mehr haben wahrscheinlich allerdings nicht In die Wanden Ankerlichten Ankerlichten So Gibt es noch irgendwelche von euch? Hoffentlich nicht Ach gut Das da hinten hat ordentlich gelitten Aber jetzt können wir uns Die Bürger eures Reiches verehren euch Ein Denkmal soll eure Stadt zieren Sehr schön Ich wünsche es wäre bei 1404 wo man die Denkmäle einfach wortwürlich fast überall setzen kann Stimmt Mauerns können auch so gesetzt werden Oh das verändert Sachen Genau Wir hätten die Türme weiter in den Strand setzen können In jedem Fall das Denkmal Das kommt nach Da hin Und wisst ihr was? Setzt noch einen Galgen Soll angeblich was bringen Kann ich persönlich nicht nachweisen oder nicht bestätigen Ich hab ne Idee So So ist der Anflussbereich der Kirche So ist der Anflussbereich des Badehauses Beides ist groß genug Wenn wir das Badehaus nach hier hinsetzen umfasst es auch immer den ganzen nördlichen Bereich Okay Wenn wir die Kirche nach hier hinsetzen Gebt die bis da oben hin Das Badehaus geht ein Stück weit weniger Deswegen kommt das Badehaus nach hier oben hin Und die Kirche kommt nach hier hin Die hat ein bisschen mehr Reichweite Aber der Abriss der Kirche ermöglicht uns Der Bau der Kirche ermöglicht uns den Abriss der Kapellen Weil das jetzt der Fall ist Haben wir jetzt ein bisschen Platz für ein paar Galgen Oder einen Galgen zumindest nach hier hin Mehr als einen brauchen wir glaube ich nicht So und so Falls er was bringt werden wir sehen Aber ich hab bisher noch niemals irgendwelche Räuber gesehen oder sowas in der Art Er soll sie angeblich Ein Konkurrent hat eine neue Siedlung gegründet Oh Oh das gefällt mir nicht Wir sollten die Vulkaninseln sichern Oder generell einfach Das wurde gerade angeschrieben Die Vorsäge Die sehre Die Untertitelung des ZDF, 2020